Ja, moin und hallo, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Wir stehen vor dem neunten Spieltag. Am Sonnabend um 13 Uhr empfangen wir die Spielvereinigung Kreuter Fürth im Volksparkstadion. Für das Spiel sind bislang 41.000 Tickets verkauft, 300 davon sind an die Gäste gegangen. Bei mir ist wie immer unser Cheftrainer Dieter Hecking und steht Ihnen jetzt für Ihre Fragen zur Verfügung. Kai Schiller vom Hamburger Abendblatt startet. Ja, hallo, können Sie schon sagen, wie es um Hoyer Fernandes steht und wahrscheinlich wäre Daniel Mickel die erste Alternative. Vielleicht können Sie auch ein paar Worte über Tom Mickel verlieren. Ich glaube, dass ich das nicht muss, weil es bei Hoyer Fernandes gut aussieht. Er wird heute nochmal individuell trainieren, aber alles was ich höre, wird es klappen, dass er spielen kann. Dann gerne nochmal. Vielleicht können Sie dann sagen, wie es in der Abwehr aussieht. Da fällt den Jungen ja aus. Ja. Die Alternativen sind... Sind Sie mehr wie ich? Nein, Sie haben es zumindest gesagt. Ich habe nichts gesagt. Da hat es die medizinische Abteilung, also fällt er nicht aus? Ich habe nichts gesagt. Anders gefragt, gibt es Chancen, dass er spielt? Ich habe nichts gesagt. Deswegen frage ich. Immer eine Chance da, wenn ich nicht sage, dass er nicht spielt, hat er immer eine Chance zu spielen. Aber das würde mich jetzt wirklich überraschen, also ich dachte, dass er ausfällt, weil das war der letzte Stand, der mir kommuniziert worden ist. Ja, aber das ist ja Stand von wann? Drei Tagen, genau. Also gibt es eine Chance, dass er spielt? Es gibt immer Chancen, klar. Bei verletzten Spielern, wo die Verletzung nicht so extrem ist, dass wir sagen, dass er definitiv ausfällt. Und die Aussage hat, glaube ich, keiner getroffen von uns, dass er definitiv ausfällt. Naja, aber es sah ja so aus, deswegen habe ich gefragt. Weiß ich nicht, was Sie gesehen haben, was ich gesehen habe. Ich war zwar einen Tag nicht da, vielleicht haben Sie da was anderes gesehen, aber... Ich war auch einen Tag nicht. Also definitiv ist es so, dass der Einsatz steht auf der Kippe, ja. Aber es ist immer noch die Chance da, dass er spielen kann. Worauf ich hinausfällt, ich hoffe ja, dass er spielt, wenn er nicht spielen kann... Dann mache ich mir Gedanken, wenn er nicht spielen kann, dann mache ich mir Gedanken. Und das kann ich im Moment noch nicht sehen. Na gut, Dankeschön. Babak Melani von der Bild-Zeitung. Dieter, kannst du aber konkret bei Jung sagen, wie der Ablauf jetzt ist? Das muss er auch individuell erstmal, wird dann gepflegt. Was macht ihr Reha-Training und wie ist es so? Hier sind die Urlaub eingestellt. Ja, es sind noch zwei Tage Zeit, genau. Und die werden wir vollkommen nutzen. Ja, auch im Sinne dessen, dass wir natürlich auch in... Klar ist dann die Länderspielpause danach. Das ist immer das abzuwägen, ob wir das Risiko gehen wollen. Danach haben wir 14 Tage Pause bis zum Bielefeld-Spiel. Und wie gesagt, da lege ich mich selten frühzeitig fest, dass ein Spieler nicht spielt, wenn ich irgendwo die Hoffnung noch haben kann, dass es geht. Das ist kein Muskelfaser, das ist eine Zerrung. Und eine Zerrung, das kann auch mal schnell gehen, dass das, wenn man ihn morgen voll belastet, dass er plötzlich merkt, hey, das sieht doch viel besser aus, als wie gedacht. Und von daher ist die Chance 50-50, dass er spielt und nicht spielt. Heißt das, wenn er morgen auf dem Platz steht, mittrainiert, dann... Dann könnte es durchaus klappen. Das werden wir dann entscheiden, ob er morgen trainiert. Wenn er morgen nicht trainiert, dann spielt er nicht. Das ist ja klar. Alles klar. Danke schön. Martin Sonnleitner von der Welt. Herr Hecking, weil es zur Personalie passt, irgendwie wäre ja David eine Alternative, eine Möglichkeit. Können Sie was zu dieser Personalie sagen? Und insgesamt vielleicht ein paar Sätze dazu, wie wichtig es ist, junge Leute an die Mannschaft reinzutragen? Wenn ich jetzt konsequent wäre, würde ich sagen, noch ist ja Gideon Jung nicht dabei. Also noch steht ja die Chance, dass er spielt. Also beim Torwart ist ja genau das Gleiche. Und beim Tom Mikkel habe ich nicht großartig was gesagt. Und wir haben die Alternativen. Und Jonas David ist eine Alternative wie im Tor Tim Mikkel oder Tom Mikkel und Julian Pollersbeck. Und Jonas hat es die letzten Wochen gut gemacht. Er hat sich stetig weiterentwickelt. Er ist eine von drei möglichen Alternativen. Was mich ein bisschen gewundert hat, dass ihr Papa Doppelos nicht aufgezählt habt bei den Alternativen. Papa hatte zwar seine Wadenverletzung, aber ist seit Dienstag voll im Training. Und hat in den beiden Einsätzen, die er gespielt hat, durchaus gezeigt, dass man auch mit ihm voll rechnen kann. Also auch Papa ist sicherlich eine Alternative, sollte Gideon ausfallen. Genauso wie Timo Letzschat, der natürlich jetzt die ersten Minuten gehabt hat. Da gilt es abzuwägen, ist er bereit für 90 Minuten. Ja und das ist eigentlich die Kurzgeschichte für die Alternativen, wenn Gideon nicht spielen kann. Aber auch da habe ich mich noch in keinster Weise festgelegt. Junge Leute Perspektive ist immer toll. Aber die Qualität muss da sein und die Leistung muss stimmen. Weil sonst macht das mit jungen Leuten auch keinen allzu großen Sinn. Und ich weiß noch, dass Josh Wagnoman sehr kritisch gesehen worden ist nach seiner Vorbereitung, die auch nicht sehr gut war. Das muss man ehrlicherweise zugestehen. Aber der dann auch in den Spielen über die U21 sich Selbstvertrauen geholt hat, ist dann gut reingekommen in die Zweitligaspiele. Ja und das sage ich ja immer. Man muss diesen jungen Spielern dann auch das Vertrauen geben, wenn es da mal nicht gleich so rund läuft. Ich weiß, dass die Kritik an Josh nach dem Pauli-Spiel zu hören war, die ich so nicht teile. Weil darum geht es nämlich dann auch. Wir können nicht einerseits junge Spieler fordern. Oder sagen wir, der HSV muss junge Spieler reinwerfen. Und wenn sie dann spielen und bringen vielleicht noch nicht die Leistung in ihrem ersten Spiel, dann sofort wieder die Kritik anwenden. Und deshalb ist das immer so ein schmaler Grat. Voraussetzung ist dafür, dass wenn ein junger Starwitz spielen sollte am Samstag, dass wir davon überzeugt sind, dass er dann auch gut spielt. Und da hat er in den letzten Wochen viel Eigenwerbung betrieben. Kai-Uwe Hesse von der Bild-Zeitung. Ist die Frage noch aktuell? Es sind Sie ja schon fast einen Schritt weiter als mögliche theoretische Abbealternativen. Sie hatten Letchert angerissen, dass man beurteilen müsse, ob er möglicherweise gesundheitlich, fitnesstechnisch gut genug oder weit genug für 90 Minuten Einsatz wäre. Wie würden Sie das denn einschätzen? Ja, letztendlich kann ich das vor dem Spiel noch nicht einschätzen. Weil er hat irgendwann im Anfang des Jahres sein letztes Spiel über 90 Minuten gemacht. Und das ist immer diese Frage der Abwägung. Klar, wenn wir ihn morgen am Samstag bringen würden, dann ist es eben so, dass ich nicht genau abschätzen kann, wie weit die Kraft schon reicht. Das wäre sein erster Pflichtspieleinsatz von Beginn an, glaube ich, seit Februar, wenn ich richtig informiert bin. Oder April. Trotzdem sind es sechs Monate her. Das ist ein halbes Jahr. Also das kann ich noch nicht abschließend einschätzen. Ich kann sehen, was ich im Training sehe. Da ist er sehr fokussiert. Er versucht die Dinge, die wir auch fordern, gerade was Abwehrarbeit auch angeht, sehr fokussiert umzusetzen. Und dass er gut genug ist, das kann ich mit Ja beantworten. Und es geht wirklich darum, dass wir abschätzen müssen, ist er so weit, dass er von Beginn an spielen kann. Und wie lange kann er dann spielen? Weil ich bin ungern bereit, schon im Vorfeld zu wissen, ich habe vielleicht zwei Wechsel, die ich aufgrund der personellen Situation machen muss. Also da bin ich kein Freund von. Simon Brasch von der Mopo. Kurze Nachfrage zu Daniel Heuer-Fernandes, damit ich es auch richtig verstanden habe. Wenn er morgen trainieren kann, wird er spielen. Ja, klar. Kai-Ruwe Hesse nochmal von der Bild-Zeitung. Und das, was da diagnostiziert wurde bei ihm, war auch eine Zerrung oder war das noch weniger? Ja, das war eine leichte Zerrung. So wurde es mir kommuniziert. Und er hat gestern schon wieder was gemacht im Kraftraum. Das war beschwerdefrei. Er wird heute mit dem Kai, denke ich, noch ein bisschen was arbeiten. Und im Moment spricht nichts dagegen, dass er morgen trainiert. Aber es kann natürlich nach dem Training auch wieder anders aussehen. Martin Sonnenleitner von der Welt. Herr Hacking, mal zu anderen Positionen, wo Sie ja die Qual der Wahl haben. Kann man sagen, dass auf den Flügeln Naray und Jatta so ein bisschen außen vor sind? Harnik und Sonny Kittel gesetzt? Nein. Über zwei, also über vier Alternativen verfügen. Über mehr noch. Jairus Amperio ist der fünfte. Ja, also wir haben genügend Alternativen. Und Xavi Amayici ist auch eine Alternative, der sicherlich momentan noch nicht ganz so nah dran ist. Aber auch Jairus ist ein ganz ernstzunehmender Kandidat. Also nur weil mal eine Aufstellung zwei Spiele ineinander so war, muss das nicht heißen, dass es gegen Fürth genauso aussieht am Flügel. Ja, wir machen es ja auch ein Stück weit vom Gegner abhängig, was für Spielertypen wir, denke ich, brauchen können für dieses Spiel. Ja, und Bakaryatta, Khaled Naray haben wir schon auch in dieser Saison deutlich nachgewiesen, dass sie für uns richtige, wichtige Alternativen sind. Jairus noch nicht ganz so, aber Jairus drängt sich in jeder Trainingswoche mehr auf. Ja, und vielleicht ist er ja auch mal derjenige, der am Wochenende die Chance bekommt, am Flügel zu spielen. Gut, dann hat Lars Pegelow noch eine Frage für NDR 90,3. Ja, vielleicht mal so direkt zum Spiel, auch am Sonnenamt gegen Fürth. Die letzten Heimspiele waren ja sehr überzeugend von Ihrer Mannschaft. Glauben Sie, dass Ihre Mannschaft auf dem Weg ist oder Sie allgemein auf dem Weg sind, hier so eine Festung aufzubauen? Wir werden sicherlich auch irgendwann mal ein Heimspiel verlieren können. Ja, das ist nicht ausgeschlossen. Und es ist immer wichtig, dass du möglichst viele Heimpunkte holst, weil in der Regel holst du mehr Heim- wie Auswärtspunkte. Und mich freut das natürlich, dass wir bislang schon zehn Punkte geholt haben aus vier Spielen. Das ist natürlich eine erfreuliche Zwischenbilanz, aber wir dürfen uns natürlich in keinster Weise zu sicher sein, dass das immer so weitergeht. Und wir müssen auch am Samstag sehr viel investieren in dieses Spiel gegen den Gegner, der vor den beiden letzten Jahren, gerade in Stuttgart, das war ein richtig gutes Spiel von Gräuter führt. Das hätten Sie nicht verlieren dürfen, aus meiner Sicht. Da waren Sie sehr, sehr aktiv, haben wirklich ein gutes Spiel gemacht. Jetzt gegen Kiel war es nicht so gut, aber davor haben Sie, glaube ich, auch vier oder fünf Spiele gar nicht verloren gehabt. Also da kommt auch wieder eine Mannschaft, die Fußball spielen will. Das ist ihr Ansatz vom Trainer, von Stefan Leitl, dass er wirklich versucht, auch die fußballerische Linie in Fürth durchzuziehen. Und das sieht gerade in Stuttgart sehr, sehr gut aus. Und das wird sicherlich eine Aufgabe für uns am Wochenende, die man nicht mal eben so im Vorbeigehen löst. Andererseits, klar, wollen wir natürlich zu Hause die Serie ausbauen und damit auch den nötigen Respekt bei allen Gegnern uns abbringen lassen, dass wir eben zu Hause wirklich sehr stabil sind. Das wird immer wie immer ein Zusammenspiel sein zwischen dem Platz und auch auf den Zuschauerrängen. Das war in den letzten Spielen sehr, sehr gut. Und wenn wir es wieder schaffen, da den Funken überspringen zu lassen, dann bin ich auch optimistisch, dass wir auch am Samstag gewinnen. Kai-Uwe Hesse. Es ist ja bisher in dieser Saison sehr vieles gut bewertet worden oder teilweise auch sehr gut. Und andererseits, so in den letzten drei Spielen hatte man ja zweimal so ein bisschen Schwierigkeiten, in das Spiel richtig reinzukommen. Was kann man als Trainer dagegen machen? Ja, ich glaube, dass es immer ein Stück weit auch Erwartungshaltung ist. Ja, wie man gewisse Dinge im Vorfeld sieht, betrachtet. Ja, und im Moment muss ich sagen, dass wir immer noch, und ich wiederhole mich da gerne, und immer wieder aufs Neue in einem Prozess sind. Ja, wir haben eine total neu formierte Mannschaft, die auch mal lernen muss, mit solchen Ergebnissen wie in St. Pauli oder auch mit Gegenwehr wie in Regensburg umzugehen. Wobei in Regensburg, sage ich nochmal, dass das weniger an Gegnern lag. Ich will die Leistung von Regensburg dadurch nicht schmälern. Ja, aber wir es dem Gegner auch durch eine fahrige Spielweise, durch unnötige Ballverluste, leichte Ballverluste, dem Gegner auch sehr einfach gemacht haben, ins Spiel zu kommen. Das müssen wir abstellen. Und wenn wir das abstellen, das hat man in Regensburg auch gesehen, auch im Spiel schon, dass wir dann sofort in der Lage sind, einen Gang höher zu schalten, das ist so. Und ja, wir brauchen da nicht immer gesondert vorher darauf hinweisen. Ja, das ist ja auch dann ein beliebtes Spiel. Jetzt hat man das zweimal auswärts gehabt, dass wir da nicht ganz so ins Spiel reingekommen sind, wie wir uns das auch erhoffen, klar. Ja, aber da gibt es jetzt keine besonderen Maßnahmen, glaube ich, um das abzustellen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Mannschaft von dem, was sie auf den Platz bringen soll, überzeugt ist, dass sie mit dem Vertrauen in die eigene Qualität auf den Platz gehen und ihr Spiel durchziehen müssen. Und darauf wird es jetzt ankommen. Und wie gesagt, das sehe ich jetzt nicht als das ganz große Bedürfnis an, immer darauf hinzuweisen, dass wir mal bitte in den ersten halben Stunden wacher über den Platz gehen sollten, weil wir haben ja auch schon sechs Spiele gehabt, wo es sehr gut war. Gut, dann ist alles beantwortet. Herzlichen Dank für das Interesse. Allen noch einen schönen Tag und bis Sonnabend. Als equity muss, geht's. Ja, dann noch einen schönen Tag.